hallo und herzlich willkommen zurück zu satisfactory eigentlich könnte jetzt hier oben alles löschen das werde ich auch wahrscheinlich machen müssen so weil das sieht kacke aus es ist schon wieder weihnachten naja es ist nicht weihnachten das ist dieses event und es gibt halt nichts neues ich werde den kalender mal aufmachen müssen nicht müssen ich werde den aufmachen wir haben schon 50 damit so aber welche irgendwo da zu sehen das hier läuft ja es läuft nicht um ist der rot ist da kein rezept angestellt nein natürlich nicht jetzt sollte aber laufen menu und jetzt das ding muss ja alles umbauen ich versuche sie hinten war doch hier konnte ich doch das ding einfach mal dahin bauen so genau und es ging halt hier nicht runter ich musste das ja ja ich glaube ich habe es hierhin gebaut weil ich mache das nochmal dicht macht dann hier nochmal so ein tippsel hin jetzt scheint es wieder zu funktionieren weil es funktioniert gerade nicht mach ich mal weg dich weg nehmen wir noch mal so ein türmchen so was ein höher das ein höher müsste eigentlich es ist so und jetzt gucke ich mal gab ja ein update schon wieder ob das hier funktioniert und zwar hätte ich gerne als er jetzt geht ach es geht wieder gott sei dank dann kann ich das hier nämlich super schön verbinden ja ob es schön ist lässt sich drüber reden aber das hier ist alles kage oder ja ich war mit meiner aufnahme halt ein bisschen zu früh dran kann man verstehen dann kann man nicht verstehen so und er müsste dahin ich mache immer daran habe ich wieder weg da warte kann doch ihn jetzt direkt dahin packen ja 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 gut so ne wo war dat ja ja wo mache ich das jetzt überall ernst aber es sollte sich laut update wieder verbinden lassen sollen können was weiß ich denn da lang ich glaube die gehen noch die brandfeuer gebaut war da hinten da ist noch ganz ganz viel im argen da fehlt es halt noch naja guck mal warum stehen die eigentlich diese modularen rahmen moment einmal warum so die kommen hier an ne so die kommen hier an werden nicht weitergeleitet wenn es mehr davon gibt was mich ja hoch modularen rahmen modularen rahmen das war da ne hier kommen die modularen rahmen an eigentlich ja kommen sie sogar hin da lang geht da runter ja gut nur bitte hoch bitte hoch bitte hoch bitte hoch bitte hoch nicht runter ja gut dann weiß ich ja was ich im moment zu machen es wird auf weihnachten hingearbeitet mag zwar weihnachten nicht so richtig gut aber so weg mit dem zeug wo es war da ist wenn ich wenn ich das hier jetzt weg nehme fällt der dann runter und eher nicht ne hin aber ganz zwei ich habe ein geschenk bekommen nicht nur 1 hätte das gedacht aber ich brauchte ja überhaupt zu starten los geht's es ist weihnachten und ich würde vorschlagen ich lass mal die fabrik fabrik sein ich wollte zwar noch ein bisschen was umbauen aber es wird jetzt hier erst mal weihnachtlich alles klar inventar voll mit schleifen voll mit geschenken ich habe geschenke bekommen ja und letztes jahr war ich ja so ganz am anfang von dem spiel hatte ich ja überhaupt null ahnung jetzt habe ich ein bisschen ahnung auch glaube ich ein bisschen besser also beim letzten mal letzte staffel da habe ich ja das war ja ich will jetzt nicht sagen dass hier mein chaos von den bändern besser geworden ist aber es ist besser geworden es ist strukturierter und immer sehe ich hier gelbe stäbe warum weil keine kupfer bachen reinkommen okay hat wohl was mit dem die locken zu tun so dann das ding ist total nutzlos gucken guckt euch mal an wie das fährt und ich sitze darunter ich sitze unten drunter nicht wahr vierecke geräder hauptsache mal irgendwas freigeschaltet und das kriegt ihr halt wenn ihr coupons schreddert okay sind wir wieder draußen da gab es doch schon wieder irgendwo im geschenk ich habe so gesehen okidoki klar ich hätte mir das denken dann heute ist der der ist dezember die letzte folge war noch im november also ende november und jetzt wo bauen wir unser weihnachts gedönschen am anfang muss man die dinger her sammeln wird ja gar kein weg dann vorbei wenn man es trifft aber ich werde jetzt nicht auf die jagd gehen ich gucke erst mal auf den kalender auf den weihnachtskalender wir haben den ersten und zweiten ich nehme es am zweiten auf die zwei ich kann auch hier einfach zahlen geben 1 da ist die rein was haben wir geschenke sehr gut gebe ich hier zwei ein macht es ein bisschen einfacher wie das ständige suchen hast die zwei was kommen wir da was ist das denn 50 schneebälle ach da war da war doch was da war doch was okay müsste hier doch auch in der werkbank ist es nicht ist es vielleicht da bin ich da irgendwas für weihnachten produzieren ich bin ich gar nicht warum nicht ich baue mal ein konstruktor einfach mal nur weil ich es kann so jetzt muss doch hier oben irgendwo rezept auswählen fix muss kann ich nicht ich kann kein rezept auswählen muss ich das irgendwie hier freischalten nicht so aus jetzt bin ich ein bisschen verwirrt ich habe hier die ich muss ich die analysieren was ist möglich okay bitte aber erforschen das schon jahr her kann ich doch nicht mehr wissen so so jetzt kann ich rot und blaue kugeln herstellen das müsste jetzt auch hier gehen rot und blaue kugeln ich kann zweige herstellen ich kann zweige herstellen ok ja ich habe mal naja vielleicht nicht alle haben wir zwölfter rennen strom wahrscheinlich muss ich dann die zweige analysieren wie war das noch brauche ich brauche kugeln kugeln mache ich wie ich mache mal zweige ich nehme ein paar zweige aus kann ich mit f ne mit kuh fixmaß bauen spezial fixmaß wo ist fixmaß fixmaß da ah riesiger fixmaß baum könnte ich bauen wenn ich 100 zweige hätte 100 zweige ok ich habe fünf 10 die minute also 1 zu 1 ok ok ja komm alles rennen 118 168 will ich nicht ich will ein paar überhaben so 84 und ich bin jetzt auf 100 ja so 104 reicht ok dann lassen wir den mal schön arbeiten und wir suchen uns mal ein blitzchen aus wo kommt denn unser tannenbaum und unser ganzes gedöns hin ja in der wüste macht das so richtig gar keinen sinn man das sieht doch näher wieder aus wie kraut und rüben ah ja aber ihr könnt dann immer sehen wie weit ich bin hehehe hehehe ein zweites Türchen also nehme ich heute am 2. Dezember auf doch leicht wird auch alleine drauf gekommen ok lass das hier mal durchduddeln und jo mach hier ne timelapse bis die 100 fertig sind dabei wie lasse zitter scherz und scherz 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Ja, ich hoffe, dass es morgen weitergeht. Ich brauche zwei Geschenke, um einen zu machen. Also brauche ich ja komplett alles, um 15 zu machen. Geschenke. Where are you? Where are you? Ich hatte schlicht und ergreifend. Ich hatte schlicht und ergreifend viel zu wenig Material. Material. Oh, das könnte jetzt wehtun, wollte ich sagen. Schlicht und ergreifend viel zu machen. Nicht Material, um das alles hier zu bauen. Kann ich auf der Karte sehen, wo die Geschenke runterkommen? Nee, kann ich nicht. Nee, kann ich nicht. Kann ich nicht. Kann ich das denn, wenn ich zum Beispiel... guter Saugengeschenk. Juiui. Jetzt habe ich 80. Das ist nicht die Welt. Ich brauche auch diesen kleinen Tannenbaum. Da fallen die da hinten auch runter. Da, wo ich gerade rot wieder gesehen habe. Mann, Mann. Warum rot? Nee, aber gelb. Okay. Ja, ja, da kommt sie runter. Santa Claus ist ein bisschen faul geworden, würde ich mal behaupten wollen. Er liefert nicht mehr. Er lässt fallen. Ja, gut. Nee, das muss jetzt sein. Also... Ich möchte ja diesen riesen Tannenbaum haben und ich möchte den schmücken, dann könnten mal ja über das ganze Jahr sämtliche Leitungen mit Lichterketten versehen und dann würde das immer leuchten, glaube ich. So, ich muss jetzt, ja, bis morgen oder so warten, bis die roten Kugeln freigeschaltet werden. Jetzt nochmal alles umbauen da hinten. Oh, Mann. Das kotzt mich so ein bisschen an. Okay. Warum? Ein Update vorher ging alles super. Es hat alles funktioniert. Aber naja. Wie ich sagte, experimental ist experimental. So, ich kann jetzt... Ich kann die roten Kugeln nicht bauen. Okay. Aber... Die Schleifen kann ich nicht bauen. Okay. Schleifen brauchte ich... 30. 30 Schleifen. Ähm... 16 haben wir. Wir brauchten zwei. Ähm... Um auf 30 zu kommen. Wenn das 15 war... Naja, 14. 14 nehmen wir da. Ja, ich mach mal 16. 16 sollte passen. Glaube ich. Ja, 2 mal 16 sind 32. Aber... Spielt hier keine Rolex. Okay. Dim, 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 dim. Wird ja immer langsamer hier. Okay. Super. Jäuropa. Und dann keinen Sieger Bell. Junge und kleine Grafagen. Ich habe hier einen Tuch. Und zwar mit einem Tuch. Ja, ich habe es viel. Ja, es ist ihre Kugeln dafür aus, in der Zeit. Lasst uns die Kugeln interdessen. wenn ich wir haben so 30 fixe geschenke fertig glaube ich meine ich habe doch schleifen ich habe sie nicht rausgenommen typisch jetzt mal so weiß ich noch 20 von den 20 von denen zuckerstangen 20 zuckerstangen die kann ich vorbereiten indem ich jetzt hier noch mal das rezept wähle auf zuckerstangen 20 zuckerstangen ich habe keine dabei 20 stück da bin ich ja ewig am machen und okay okay es geht weiter mit ddd und 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 okay wir haben 20 mehr als 20 30 waren das so das waren hier das haben wir 20 zuckerstangen müsste ich warum vergesse ich das rausnehmen immer normalerweise automatisiert ist was sie im moment gerade nicht beim feiertags event so 20 30 ist okay ich würde noch mal so persönliche aufbewahrungsbox neun zuckerstange riesiger kann ich doch nicht bauen oder kann ich kann ich bauen das wäre eine idee noch ein paar zweige und zweige mache ich mit zwei gezweige wir haben gefehlt moment mal es fehlen ja 32 32 wie gefehlen 32 ich nicht raus doch ich raus das wäre ja schon mal eine idee so dann wohin baue ich das aber genau beton mit geht so wäre es wahrscheinlich ganz hier oben hin bauen geschafft knapp vielleicht würde ich den irgendwo hin bauen ich wollte mich dumm anquatscht sie hat es getan sie hat es getan fundament ans krit anpassen ja es könnte so passende das wird riesig werden da gehe ich mal von aus wenn die zwei gefertigt sind bauen wir hier unseren tannenbaum auf die frage ist ich habe es nie ausprobiert hab dann das fix messzeug da auch wenn weihnachten und so ne viele grüßen nach schweden ich weiß es nicht denn wenn sich das mal anguckt das ding ist ja richtig gut das ist ja der hammer noch mal bitte das ding ist ja riesig und kein beton mehr da sollte aber gleich klappen man ich brauche hier alles auf einem fleck war guckt euch an man kann hier echt super weit kommen ohne witz ist der durch ich habe nur 31 was wie nur 31 ich brauche den 100 ach ach ich habe noch ein paar ok gut ja ich mache mal ruhig alle spielt keine rolex so haben wir so was brauche ich noch betone und nicht wenig beton ist da sollte das aber passen ja ja das passt gut leute ladies and gentlemen ach nee das sieht doch kacke aus wenn das da oben gebaut ist das muss hier irgendwo hier gebaut werden wo man das ding auch sieht nee da oben das ist ja wolkenstadt es bin wolkenstadt nie da will ich mich hin ich mache das lieber so hier so lange können da oben die produktion aufbauen aber der baum sollte bitte hier hin dann muss man auch sehen bringe ich noch nein was mache ich denn da was hier kommt der baum hin wer hätte das gedacht es fehlt mir wieder beton da kommt dahin er wird hier nur geschmückt der hat ja eigentlich nichts zu sagen er wird halt nur geschmückt und ähm ich baue den genau da hallo wir haben unseren weihnachtsbaum und damit bedanke ich mich fürs zuschauen vielleicht geht es morgen weiter mit ja ich brauche halt die roten kugeln es geht wahrscheinlich damit weiter und die fabrik mache ich erst nach weihnachten fertig ja vielleicht ne ich bedanke mich fürs zuschauen gehabt euch gut und tschüss wir wir wir